Verdammte Scheiß Raptoren Wende level ich mal mit Hä? Ich hab gesagt Wende level ich mal mit Kann ich auch welche machen? Riecht doch schon So will ich das mach Wasserbeutel Was brauch ich denn nochmal für ein Speer? Nein hau ab Ich bin gleich tot Mini Dino Ich sterbe hier ganz gut Zu Anfang Oh mein Gott so Unsinn So viele Mini Dinos hier Wenn die im Rudel sind Dann sind das Raptoren Ja aber so kleine Mini Dinos sind scheiße Das ist normal bei den Raptoren Dass sie im Rudel sind Und so klein sind Die ganz ganz oh nein Ist nicht so wie ein Film Dass sie groß sind Ich sterbe gleich Ja? Ja Ich bin tot Willkommen erlernt haben dass man die nächste lernen kann Dann bin ich weit weg gespawnt Schon wieder Ich kenne Katzen Dafür bist du jetzt dran und scheiß Dino Ja das hab ich mir auch gedacht Mit dem Dino Und dann hat mich der große Dino angegriffen Der ist doch schon groß Oh wir haben Brontosaurus sind das glaube ich Ja da steht aber Mit dem super langen Hals Mit dem super langen Hals Kann der eigentlich einen tot stampfen? Wir haben zwei davon Nein Ja aber gleich Ich wirst dich an Die sind schneller tot als wir gucken Ja ich weiß ich wo Ja ich seh unsere Foundation So Das heißt irgendwo links müsste mein Meine Leuchte Sein Ja Finde ich gleich schon Also so oft bin ich Wo ich alleine gezackt hab Nicht gestorben Ja Survival Ja Survival Ja aber wie gesagt so oft bin ich da nicht gestorben Oh mein Gott finde ein bisschen Wasser Sonst dehydrier ich Ja einfach ins Wasser gehen War schon War schon Naja Dass das einfach so trinkt ne Naja Ja Ja anders Anderes kann er ja nicht trinken Ne Und zu der Zeit War das wahrscheinlich nochmal ganz anders Naja Dass sie das ab konnten Deswegen haben die auch so oft kacki gemacht Naja So wie du Ich weiß Stegos sind hier auch Scheiß auf Hänsel und Gretel mit ihrem Brotkrummeln Ich mach Dünnpfiff Ja das klar Das musst du immer Gött Stegos sind hier ja auch ne Mhm Aber die tun einen nix Schau mal wo jetzt meine Leiche war Na gut dass das man nicht in der Aufnahme sehen kann Wer grad was spielt auf Steam Würde nerven Naja Oh da ist der Da ist der scheiß Dino da vorne Der Oh ich bin gleich schon wieder tot Ja Warum ist der denn so schnell der Huren? Sooo Ich weiß nicht Der Huren Der kämmt an meiner Leiche die Sau Ja Pech ne Oh mein Gott kann ich jetzt auf der Foundation bleiben ohne dass ich sterbe? Keine Ahnung Der greift einfach die Schuldkritten Dino an Das ist ein Mini T-Rex Ja aber das ist Ja aber das ist Heißt trotzdem kein T-Rex Mini T-Rex Hätt kurze Arme das reicht mir Ja Heißt ganz anders Karon Glaub ich Ich hab du Drecksvieh Töte ihn bitte töte ihn Töte ihn Schluckritte töte ihn Oh ich hab schon Ich hab schon viel Leder grad schon Mein Gott Ähm warte mal Kann ich denn Ne Was für Skin dafür brauche ich 2 Fiber noch Okay Water Skin Okay Kann man ihn machen Hallo Hallo So Dann Ja Scheiß doch mal dahin du Arte Wir haben einen netten Freund bei uns an der Bude Ja Ja das ist mein Haustier Der ist nur ein bisschen aggressiv Ich muss den noch ein bisschen zähmen noch Ich komm jetzt leider nicht von der Foundation weg Wollte ich nicht mal boxen? Das ist voll Lass uns was zu zweit machen Ich glaub das ist einfacher Wer ist? Ach tot Du gehst mal her Ich hab bestimmt schon mal ne Leiche gelootet, ne? Hä? Und getötet Okay 3 bis 2 3 bis 2 Was sind denn da jetzt noch drin? Äh Amitari Jetzt ist mir kalt Aha Ich muss ja auch Ich muss zu anderen gleich auch noch hin Ja mir ist auch kalt Hast du Den Speer jetzt? Nein Ich hab nix Warum hast du nix? Weil ich das in dem anderen hatte Da muss ich ja hin Ist er da hinten hingelaufen? Warte mal Aber ich muss Wasser trinken Aber ich muss Wasser trinken Ich hab was hingeworfen Ich hab schon wieder gekackert Das ist für mich Aber nett Hast du zufällig Fiber noch für mich? Ah Du hast richtig drücken und nicht falsch Also wie mach ich denn nochmal? Wie doop ich denn nochmal hier? Aufdrücken und robben Ey warum ist die kalt du Arsch? Ich muss neben das Feuer stehen dann ist die Wärme Ja ich will da nur die Hälfte droppen Willst du mich veräppeln? Ach hier nimm alle Ganz ehrlich ich check das System nicht Äh shift gedrückt halt und dann wegziehen was du da machen willst Ja aber ich will das halbieren oder so Richtig halbieren geht glaube ich nicht Und da Mir ist nicht kalt Muss ich jetzt noch in ganz was Warte Ich bin doch schon am Feuer Willst Feuer einfach ausgegangen Ja aber kein Holz mehr drin ist Ja und da hinten ist ganz Da hinten ist weiß nicht 30, 40, 50 Holz drunter Ich geh jetzt einfach in YOLO Klar Hier Du sitzt nicht weg Nein ich hab dir noch ein gemacht Jetzt lass uns das für jagen Töten Oder zu deiner Leiche hin gehen Zu meiner Leiche wär sinnvoller Du musst zu meiner hinten auch noch hin Wo ich verreckt bin UGA 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 Ich sprinte nicht so viel Muss auch gucken wo die war ungefähr Du meinst hier im Tal drin ne Irgendwo hier Ich musste den scheiß Berg hoch springen Da hinten ist Vieh Das ist Ja und ich musste hier irgendwo hoch springen Dass ich an meiner Lass uns den erstmal killen gehen Den willst du töten? Ja komm Warte ich So weit schaffen wir das Der nein der Warte wir lassen doch Ach Flash Der wird uns weiter auf den Sack gehen Wenn wir den jetzt nicht töten Ja komm Draufwerfen oder was? Den ersten oder wat? Meinst du wenn der schon ankommt? Yo Wahrscheinlich Sag ich ja Ist auch tot? Ja Ja Die Sache ist genommen? Ja Ok dann futter ich weiter mehr an hier Sonst müsstest du Holz reinlegen wenn du grad was hast Ich hab nur Freiber Ich hab nämlich auch grad keinen Holz Egal Oh oder wieder Geh mal gucken ob ich an meine Leiche da rankomm Genau das hab ich grad aufwahr Hallo Du hast das lol Du hast das lol Nein 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 Hau ab Nein Der krieg dich eh oder eh Der krieg dich eh oder eh Der krieg dich eh oder eh Ja er kommt Ja er kommt Hier Er ist auf jeden Fall mittig da Der hat mich nämlich grad gesehen gehabt Jawoll warte mal Was ich jetzt mache Yolo Jetzt ist er nämlich grad nicht da Boah ich jetzt sehe ich gar nicht Hä? Jetzt alter mit dem Regen ne Ist das ätzend Das ist Drecksvieh jetzt hat er mich gesehen Der Arsch macht unsere Hütte kaputt Ey du Drecksvieh lass das Hä wo sind denn die Leichen Jetzt bin ich gleich tot Und tot? Ein Kano ist das so Drecksvieh Ok ein Inventar hab ich Alter was ist das? Der hängt grad bei unseren Lagern noch rum ne Mhm Ähm Leute ich hab mein an Ich hab mein erstes Inventar gefunden What the fuck? Ja Ok ich bin erstmal weg hier Boah ich muss andere Einstellungen annehmen Wieder rein machen bei mir Startoption Wollen wir Wir haben gleich ne Stunde Erstmal Cut machen Ja können wir machen Boah ey Muss man ne Einstellung nochmal ändern Ja kannst du ja machen Dass ich in den Nachtwings auch was ziehen kann Muss jetzt aber erstmal hier was gucken Dass ich hier irgendwas mache Find some food Ich muss eben nicht die Startoption ändern Boah diese komischen Dinger ne Alte im Dorf Oder? Ach hier diese komischen Dinger die Die man weiß nicht inventar Diese komischen Diamanten da immer Hm Keine Ahnung Keine Ahnung Ähm Eigenschaften Startoption Ich hab nämlich welche rausgenommen gehabt Aber ich find das war doch nicht so gut So ich muss jetzt irgendwo ein Feuer hier machen Hm Komm Digga hau rein Wer? Du? Der Typ soll reinhauen Aber wo war denn das Ende? Was hab ich drin? Das Boah Toll ich hab jetzt Toll mein Fleisch ist weg Ah geil Nett 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 Fleisch ist weg? Mhm Mein Holz auch Warum auch immer ich das Holz da nicht drin habe Egal Ich hab direkt neben mir einen Baum Mhm Ich weiß die ist kalt Ich mach mal Feuerchen mein Freund Sorry Leute ihr seht grad genug kostet Schwarzwild Ah ok mit Shift und sowas Alles klar Quads BTV Quads Aber gut dass das Starten so schnell geht Mhm Das ist schön Ich fühl mich als kleiner Mensch voll komisch alter Hocke ich hier noch? Oh ich hab noch gehockt Ah jetzt ist die Welt ein bisschen größer für mich wieder Ja Ja Ich dachte die ganze Welt Wo guck ich denn so niedrig? Ok In dem Moment war ich eigentlich nur gehockt Gehockt So So DIP DURP DUR DURDURDUR DUDURDURDU DURDURDUR Yo, wahrscheinlich Flash Das braucht ja wieder ein bisschen länger Where am I game data BP Testinger zu laden Game, 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 game Was mach ich jetzt mit den... Alter, nichts feuern Hm? Ähm, was mach ich denn mit diesen komischen anderen Bären Jetzt hier mit diesen Nekrobären Ja Von ner Ahnung, einfach vergammeln lassen Man kann und braucht das vergammelte Zeug auch später Ja, du kannst das auch zu schwarzer Farbe machen Ah, ok Ja, kann man auch Aber Narkotikrobären sind Später da wieder zum... Wenn wir die zermalt haben und so Ja Dass wir die Tiere besser leben können Ja, Mann, am Level 70 gibt's ne Panzerfaust Haha Ok, das ist was für mich wieder Hier ist kein Dino näher, den ich mich schnetteln kann Hier An der das eben nochmal gelangen hat Ich hab keine Ahnung Find to something to eat Alter, du hast doch grad was gegessen, Junge Ja, du brauchst genug Essen immer Ah, ich weiß Boi Dann mach mal schnell Du Arsch Mal gucken, wenn ich dran denke Dann schneid ich das raus und dann mach ich da weiter wo Ja, ich schneid das ja auch, also Von daher Von daher Vor lange nehm ich zum schauen Ich weiß, dass ich Fleisch brauche aber Junge, aber ich hab nichts Aber ich würd gern die Schildkritte jetzt töten, ne Mh Hab ich nie gut Dodo hier Lange, lange, lang geht mir grad frei auf den Sack Mal so richtig auf den Sack Bin ich eigentlich Bin ich eigentlich Soll ich, dass ich jetzt gleich mal... Ok, jetzt kommt Obelisk Gleich müsste es soweit sein Minus spawn Ah, jetzt ist bei mir ohne Fackel auch alles dunkel Ja Ist klar, das Licht Wirklich an den... Vielleicht an den... Einstellungen... Von dem... Licht... Ok Vorher, wo ich an dem Turm war, war eigentlich bei mir alles hell Mhm Alter, jeder Mensch überlebt einfach mit fünf... Mit so einer Handvoll Bären für paar Minuten, nein Ja, bei mir ist auch schnell dunkel Aber ich hab das noch viel heller gehabt Ok Bin ich wieder am Strand? Ja, ich bin wieder am Strand, nice Im Meer gab's keine Fische, ne Normalerweise nicht, ne Ok Find something to eat Ja, schön Kann ich da noch dran lassen Irgendwie ist das viel zu... Ich hatte schon Einstellung, dass das... Selbst in der Nacht nicht so dunkel war Hallo Herr Dodo Warte mal ganz kurz... Ähm... Eigenschaften Start-Option Fick dich... Hast echt nicht reingemacht Komm mein Junge, isst noch die beiden Bären hier? Ich hab Futter für dich Ich hab eine Einstellung vergessen Ich hab ja bricht dich rum Ich hab dich auch, wenn ich rausgeh um den Server und dann wieder rein join' Was denn? Dann kann ich das Spiel komplett neu starten Was willst du machen? Ja, Einstellungen nennen die kannst du auch im server machen nein nicht im server, ich meint direkt im spiel startoptionen ändern grafikeinstellungen oder was? ja grafik generell die kannst du auch im spiel und außerhalb machen ja aber ob er die übernimmt das ist die frage ja du musst apply drücken nein das meinte ich doch nicht du achte startoptionen ach von daher, ich sag frage grafikoptionen ja du sagst ob die startoptionen da was extra einstellen was bist du denn? du bist Penis aber irgendwie startet der ganz schön schnell hier ist ein fettes Schwein sieht das auch, hat das zwei hörner, ja sieht das eher aus wie so ein Nilpferd wenn du es angreifst rennt es weg ok da nehm ich den dodo holle dodo holle dodo